Am 5. November hat Amerika Wahlen am Dienstag. Wir wollen beten, dass der Wille Gottes sich manifestiert in Amerika. Wir wollen beten, dass die Partei, die die falsche Politik hat, das falsche Manifest hat, das uns in den Krieg führen würde, in einen Weltkrieg und das Unheil bringen würde in die Nationen der Welt, auch für Amerika, dass Verwirrung bewirken würde, dass wir Menschen vom Willen Gottes wegführen würde und immer mehr den Willen des Antichristen zeigen würde, dass das entwurzelt wird und nicht ins Weiße Haus kommen soll. Im mächtigen Namen Jesu. Somebody say, mein Vater, mein Vater. Wenn wir beten jetzt für Amerika, bring die richtige Person nach oben auf den Thron. Im Namen Jesu. Erhebe deine Stimme und bete dieses Gebet. Erhebe deine Stimme. Bete, 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 bete. Beten die Amerikaner, den richtigen Präsidenten wählen, von den 2 Hauptkandidaten. Dass sie den richtigen Präsidenten wählen. Der Präsident, der sich auf die Seite der Dinge Gottes stellt. Der Präsident, der einsteht für die Pläne Gottes. Der Präsident, der uns nicht in die Ära, in die Zeit des Antichristen führt. Der Präsident, der nicht gegen die Dinge und die Pläne Gottes ankommt. Der Präsident, der nicht das, was Gott als Schlimmes anschaut, der das nicht befördert in der Nation. Bete, bete, bete. Alles, was Gott nicht gefällt, jeder Präsident, der kommt und das uns einführen möchte in Amerika, in der Welt, soll nicht ins weisse Haus kommen. Soll nicht ins weisse Haus kommen, soll nicht ins weisse Haus kommen, im mächtigen Namen Jesu. Erhebe deine Stimme, Europa betet für Amerika, Europa betet für Amerika, dass es gut kommen soll, mit Amerika. Wir beten für die amerikanischen Wahlen, im Namen Jesu.